ich schätze wir müssen durch die tür da hier muss irgendwo eine steuerkonsole sein an die arbeit deltas steuerkonsole humpeln sie nicht rum nehmen sie bagda soldat noch mehr munition aus rein habe ich bin aber voll terminal hacken wo bist du ich muss das terminal finden ist das hier oben ah mach ich selber stehe direkt davor augen nach oben 6 uhr 38 sie eliminieren augen offen halten deltas gut geschossen delta durchhalten deltas schade um ihre guten gene momentchen bagda prozedur einleiten delta ziel eliminieren wow 07 ist kampfbereit gut genehmigen sie sich etwas bagda wird schon unterwegs tut das gut wo das andere wiederum sieben hilft vier 0 moment moment genehmigen sie sich etwas bagda ben dabei den einsatzbereit delta team sektor erkunden roger halten sie ihre position roger momentchen er muss wiederbelebt werden die die scharf Sie, Bacta, jetzt! Ich dachte, Sie würden nie fragen, Sir. Roger, hole Bacta. Nächste Runde. Delta 4-0 ist wieder fit. Ziel eliminieren. Ah, frische Munition. Ich bin wieder okay. 6-2 muss nachladen. So geht das, 3-8. Wie war das? Das war realistischer als die Simulationen. Besorge, Bacta. So, jetzt lade ich nochmal nach. Feuer hat genug hier. Das war bitter nötig. Ja, hallo? Sektor erkunden. Ja, Sir. Delta-Team formiert sich. Bin in der Position, Boss. So. Äh, mach die Tür auf. Hecken Sie die Tür, Delta. Roger, Sir. Bin unterwegs. Warte auf weitere Befehle. Ich bin fertig. Sieben, wo ist der andere? Ach, da. Grün heißt, los. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Wo hieb ich mich an sich? Tore. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Nein, nein, nein. Haaa! Haaa! I need no more weniger. Perfekter Schuss, Kamerad! Sie eliminieren. zur seite hat munition kann ich ganze zeit hier mit der person rumlaufen das müsste der aufzug zur brücke sein wurde ich mir eine pistole bewaffnet auch genial ja nee klar für das ist eine feste position hat und das ist mir angezeigt wurde im bauch der bestie aufzustand kritisch ausfall der kritischen systeme in fünf minuten sofort evakuieren was haben wir jetzt auf der brücke das schiff ist so evakuiert wird was ist mit meiner maus plötzlich los naja der team befindet sich auf sub ebene 0 0 0 1 bewegung deltas das schiff ist gleich geschichte rumpfintegrität beeinträchtigt sofort evakuieren und vorrücken munition das ist gut ausfall der kritischen systeme in vier minuten erinnert mich nächstes mal dran vom schiff zu verschwinden bevor wir zerstören ziel eliminieren roide kars formation einnehmen ziel eliminieren ja treffer bestätigt der leader macht sie fertig toll öffnen sie die tür delta ich mache jetzt weiter halt noch nicht ja sie eliminieren war mir ein vergnügen abbrechen delta ich höre auf der stabilisatoren system ausfall wahrscheinlich brenger zur breche platziert gesichert und tür auf die eliminieren volltreffer ziel eliminieren munition perfekt die ausfall der kritischen systeme in drei minuten die brücke müsste hinter dieser tür sein der tonator ist scharf also eine sorte granate und noch gerade der granate die tür ist offen gehen wir feindlich in ruhigen geortet von hier haben wir feindlich in uns beeilen los deltas schnappen wir uns die code und dann nichts wie weg erledigt auf die konsole auf anders kommen wir hier nicht raus schnappen wir uns die technischen systeme in zwei minuten ziel eliminieren schnappen volltreffer ziel eliminieren schnappen schnappen 3 8 hat ins warte getroffen beeilung es dauert mir alles zu lange ich mache so schnell ich kann schnappen 3 8 hinter ihnen ich lade nach präzisionsschuss einleiten delta ziel eliminieren schnappen schnappen wir haben die codes gute arbeit deltas bringen sie sich in sicherheit ausfall der kritischen systeme in einer runde delta team wir nähern uns jetzt dem kernschiff kommen sie zum hinteren andock ring wir sprengen ihn auf schnappen schön dass sie so weit vorgelaufen sind schnappen schön sie zu sehen 4 2 alle mal an bord ich freue mich schon wieder auf die prosecutor ausfall während die jedi mit dem ruhm überschüttet werden verlässt eine kleine gruppe von soldaten genotus in dem wissen dass sie deren mission erfüllt haben mit mut präzision und exzellenz und das alles was sie was sie brauchen und das ist alles was sie brauchen mehr als ein jahr voller kämpfe hat die streitkräfte der republik gefährliche geschwächt das delta team wird ständig für immer gefährlichere missionen benötigt im außenbereich des separatisten raums ist ein vermischtes angriffsschiff wieder aufgetaucht die veteranen kommando des delta teams werden ausgelandet um der sache nachzugehen Tag 367 Klonkrieger Schalkin Nebel vielleicht erkennen sie ihr nächstes ziel die prosecutor ein republikanisches angriffsschiff der akklimatoklasse sie untersteht captain spinnett die prosecutor war unsere erste heimat wir waren lange auf ihr stationiert zuletzt hat sie im corelia sektor republikanische handelswege gegen die separatisten verteidigt wir haben vor über zwei wochen den kontakt mit ihr verloren das darf nicht wahr sein haben die sich etwa selbstständig gemacht unwahrscheinlich bei allem respekt sir das könnte eine falle sein eben deshalb schicken wir unser bestes team um der sache nachzugehen von delta 40 ihre ausgezeichnete arbeit auf geonosis ist nicht unbemerkt geblieben hast du gehört 7 jemand hält mich für ausgezeichnet naja dann mal willkommen im club delta team bereiten sie sich auf niedrige schwerkraft vor versiegeln sie ihre anzüge viel glück erkundung des geisterschiffs commandos arbeiten als team doch einzeln sind sie genauso tötig und effizient wegen der gewaltigen aussehung des raumschiffs hat sich das delta team aufgeteilt ihre beste hoffnung ist schnell und leise das schiff zu durchqueren und ihre aufgabe zu erfüllen also vereinzelt 3 8 jedes mitglied des delta teams wurde zu einem der vier datenkerne geschickt um wichtige informationen sicherzustellen ihr primärziel ist der flugschreiber des datenkerns achtern stoßen sie anschließend zu ihrem team wir holen sie dann ab darüber hinaus werden sie ihre leute nach bedarf bei der ausführung ihrer befehle unterstützen 0 7 hat befehl die log dateien des datenkerns auf steuerbord zu sichern delta 4 0 kümmert sich um den datenkern auf backbord er fahrtlisten und deltas die verbindung zum berater ist gestört hat einer von ihnen noch kontakt kein signal zur 0 7 ende ich höre nur rauschen boss 6 2 ende negativ team leader 4 0 ende ich wüsste gerne was da los ist das ist nicht wichtig oder sir stimmt 4 0 sobald die leitung wieder steht wird er sich wieder melden wir müssen bis dahin ein paar daten besorgen ausschwärmen deltas wo geht es weiter da bin ich gerade her gekommen ne ja achso mein ox im torpedolager erteilen wir unseren diebischen freunden eine lektion in sachen disziplin deltas status bericht vitaldaten 4 0 7 ich hab nichts hier delta 4 0 noch keine vitaldaten 4 6 2 nur von den mynox erbärmlich wenn sich das ungeziefer weiter durch die leitungen frisst ist das schiff bald nur noch ein Haufen Schrott 4 6 2 ich hab ein paar interferenzen auf meinem visor jetzt sind sie weg seltsam hm der sieht tot aus wir nehmen die granaten 6 2 nochmal ich hab wieder interferenzen diesmal sind sie stärker kann fast nicht sehen was ist das 6 2 delta 6 2 hören sie mich bitte melden hau ab du verdammter Blechaufen 6 2 deltas ich habe 6 2 verloren ist jemand in der nähe um nach ihm zu sehen bitte melden negativ sir ich muss auch passen sir ah mynox hey ein kommando gott sei dank was ist hier passiert keine ahnung ich wollte gerade die wartungsschächte scannen als ich Blasterschüsse hörte ich bin sofort losgelaufen aber als ich ankam waren alle tot also haben sie sich im torpedolager versteckt nein sir ich wollte einen torpedolager abfeuern um die republik zu warnen aber jetzt sind sie ja da tausend dank für die rette ach 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 schade um die guten gene ach ach das hat also ach mei ach ja das stimmt aber dass gerade war mit dem robot hat Diese Dinger wollten mir ein Loch in den Kopf bohren. Deltas, ich glaube, ich weiß, was mit 6-2 passiert ist. Eine Art Sammler-Troide. Achten Sie auf Interferenzen. Fixer, suchen Sie weiter nach 6-2. Das soll keine Drei-Mann-Show werden. So, Frage ist, wo geht's weiter? Schützen wir hier. Los, los, los! Wir haben hier einen toten Trooper, Deltas. Wie es aussieht, lauern auf diesem Schiff nicht nur Droiden. Egal, wer das Schiff gestohlen hat, er hat ja einiges geändert, Deltas. Der Flur zum Datenkern auf Achtern ist blockiert. Ich hoffe, Sie kriechen gerne, Sir. Wir müssen nämlich durch die Droidenzugangsschächte. Das ist der einzige Weg. Großartig. Vielleicht müssen Sie sich reinhacken. Ich muss nur die Zugangsbeschränkungen knacken. Das ist noch gar nicht gut. Wieder ein paar Droiden für den Schrotthaufen. So. So.